Moin Moin, ich bin Jens und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Große Freiheit TV. In einem Video habe ich ja mal letztens darüber gesprochen, dass die Armen immer ärmer werden und wie der Staat mit seinem Geldsystem dafür verantwortlich ist. Wenn man jetzt über Armut redet, dann darf man natürlich nicht das Thema Arbeitslosigkeit außen vor lassen. Heute möchte ich einfach mal darüber reden, wie der Staat Arbeitslosigkeit produziert. Für mich ist das Thema Arbeitslosigkeit neben der Geldpolitik wohl eines der wichtigsten Themen, wenn es um die Staatskritik geht. Aus diesem Grund möchte ich das Thema relativ ausführlich behandeln und deswegen habe ich das auch in zwei Teile aufgeteilt. In diesem ersten Video möchte ich darauf eingehen, was denn der Staat genau macht, dass es zur Arbeitslosigkeit kommt. Und im zweiten Teil möchte ich die Gewerkschaften mit dazu nehmen und einfach schauen, okay, wie sorgen die Gewerkschaften im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit dem Staat dazu, dass Arbeitslosigkeit entsteht. Ja, wollen wir als erstes mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Hier sehen wir die Erwerbslosenquote in der Europäischen Union. Die liegt im Durchschnitt bei 8,5%. Wir sehen, dass Deutschland mit 4,1% im Gegensatz zu den anderen Ländern noch sehr gut dasteht. Wir sehen in Griechenland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich, alles deutlich über 10%. Da ist natürlich Arbeitslosigkeit ein riesengroßes Problem. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland, die liegt bei über 50%. Das heißt, jeder Zweite hat da keine Arbeit. Natürlich müssen wir uns die Zahlen auch ein bisschen genauer anschauen. Zahlen haben ja immer einen großen Interpretationsspielraum. Und deswegen schauen wir jetzt mal genauer hin. Wir sehen hier, dass im September die Arbeitslosenquote bei 4,1% lag. Das ist also die Zahl, die wir gerade schon in der Grafik gesehen haben. Dann sehen wir hier unten aber auch noch 7,9%. Das sind die ganzen Unterbeschäftigten, die sogenannten Unterbeschäftigten zusammen. Wo kommt diese höhere Zahl her und wer ist da alles genau mit drin? Dazu schauen wir uns hier mal an, was die Linke dazu schreibt. Hier sehen wir, es gibt natürlich noch viele andere, die von Staatsgeldern abhängig sind und die nicht in diesen 4,1% mit drin sind. Wir sind zum Beispiel ältere als 58, die 1-Euro-Jobber, die Menschen, die in der Förderung von Arbeitsverhältnissen, die Menschen, deren Arbeitsverhältnisse gefördert werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Linken kommen ja auf eine tatsächliche Arbeitslosigkeit im September 2016 von knapp 3,5 Millionen. Jetzt wird aber gerade Ende November aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Da sehen wir, dass insgesamt 8 Millionen Menschen die soziale Mindestsicherung zu Ende 2015 erhalten haben. Von diesen 8 Millionen haben 5,8 Millionen Menschen Hartz IV erhalten. Wie viele sogenannte Aufstocker dabei sind, geht dabei nicht hervor. Insgesamt sollen aber ganze 8 Millionen und somit 9,7% der Bevölkerung soziale Mindersicherungsleistungen erhalten. Da sind auch eine Million Rentner dabei, wo die staatliche Rente nicht reicht, weil sie angeblich vorher nicht genug verdient haben. Da ist natürlich, hätten wir das staatliche Rentensystem nicht und können sich die Rentner und die Arbeitnehmer, beziehungsweise die Arbeitnehmer selbst versichern, hätten wir auch dieses Problem der Altersarmut nicht. Wir können also festhalten, dass mindestens 10 Millionen Menschen ganz oder teilweise vom Arbeitsamt finanziell abhängig sind. Das ist also jeder zehnte Deutsche. Das sind jetzt aber nur die nackten Zahlen. Hinter diesen nackten Zahlen stecken natürlich immer Menschen mit Einzelschickzahlen. Arbeitslose und vor allem Langzeitarbeitslose haben nicht selten psychische und gesundheitliche Probleme. Die fühlen sich dann ausgegrenzt und isoliert und ja, es führt natürlich auch oft zu einer Resignation. Es sind natürlich nicht nur Probleme, die auf die einzelnen Arbeitslosen zutreffen. Das sind natürlich auch Probleme, die Auswirkungen auf das ganze soziale Umfeld dieser Menschen hat. Dies wirkt sich natürlich auch auf die folgenden Generationen aus, also auch auf die Arbeitslosen, die Kinder haben. Dann auch diejenigen, die Arbeit haben, sehen auch, dass es in einem Umfeld, in einem Familien- und Freundeskreis Arbeitslose gibt und haben natürlich selbst Angst, auch arbeitslos zu werden. Diese Angst, die lässt sich natürlich wunderbar von dem Staat instrumentalisieren, um noch weitere Konjunktur- und Wachstumsprogramme durchzudrücken und dadurch die eigene Macht noch weiter auszubauen und noch mehr Macht über die Menschen zu erhalten. Das hat Ludwig von Mises bereit 1940 in seinem Hauptwerk Nationalökonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens wie folgt beschrieben. Die Dauer- und Massenarbeitslosigkeit ist zum Schicksalsproblem der modernen Kultur geworden. Sie zerbricht das Werk, das der Liberalismus aufgerichtet hat. Dass Millionen dauernd aus dem Erzeugungsprozess ausgeschaltet bleiben sollen, ist ein Zustand, der nicht lange ertragen werden kann. Der einzelne Arbeitslose will arbeiten. Er will erwerben, weil er die Vorteile, die der Lohn ihm bringt, höher schätzt als den für den Mittellosen recht problematischen werden dauernder Muße. Dass er keine Arbeit finden kann, treibt ihn zur Verzweiflung. Aus den Arbeitslosen formen die Abenteurer, die die Diktatur anstreben, ihre Sturmtruppen. Also Mises hat schon 1940 erkannt, dass diese Angst, die in der Bevölkerung vor Arbeitslosigkeit umgeht, dass der Staat diese immer instrumentalisiert und dazu nutzt, um seine Macht noch weiter auszubauen. Dass der Staat Konjunktur- und Wachstumsprogramme auflegen soll, wird auch immer von den Gewerkschaften direkt gefordert. Hier mal ein Ausschnitt aus dem DGB Konjunktur- und Wachstumsprogramm. Das Konjunktur- und Wachstumsprogramm des DGB ist ein Mix aus öffentlichen Investitionen und Konsumanreizen für geringe und mittlere Einkommen. Hier sehen wir also, dass vom Deutschen Gewerkschaftspunkt, das ist die größte Dachorganisation der einzelnen Gewerkschaften in Deutschland, dass die vom Staat verlangt, eine keynesianistische Wirtschaftspolitik zu betreiben. In diesem Fall, wir sehen hier, mehr als 60 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dass der Staat aber selbst über keine eigene Mittel verfügt und diese nur durch Steuern anderen Menschen wegnehmen muss, das wird natürlich immer schön ausgeblendet. Man müsste also die Steuern erhöhen, um diese Programme zu finanzieren. Weil natürlich hohe Steuern sehr unpopulär sind und natürlich auch zu Arbeitslosigkeit führen würde, greift man immer zu der Finanzierung über die Staatsschulden. Man verlagert also die Steuerbelastung in die Zukunft. Das heißt, die Steuern, die wird man nicht heute einnehmen, sondern in der Zukunft von den folgenden Generationen. Diese Schulden, die man da macht, die führen dazu, dass mehr Geld im Umlauf kommt. Mehr Geld führt zu Inflation. Diese erhöhte Inflation führt zu erhöhten Lebenshaltungskosten und dazu, dass es zu Verwerfungen in der Gesellschaft kommt. Das habe ich auch mal in diesem Video, klickt hier oben auf diesen Link, genau beschrieben. Wen das interessiert, der sollte mal da reinschauen. Also, wenn Lebensunterhaltungskosten steigen, kommen die Angestellten auch bald nicht mehr mit ihrem Geld aus und fordern Lohnerhöhungen. Höhere Löhne lassen dann auch die Produktivität der Unternehmen weiter sinken, was dann wiederum zur Arbeitslosigkeit führt. Das ist natürlich ein Teufelskreis, der immer von dem Staat und von den Gewerkschaften totgeschwingen wird. Dass der Staat und die Gewerkschaften gerade die Akteure sind, die diesen Teufelskreis immer wieder befeuern, das erfährt man so gut wie nie irgendwo. Das war jetzt also einmal eine sehr komprimierte Kritik an dem Staat und an den Gewerkschaften. Wollen wir aber mal genauer hinschauen. Der Staat wird ja oft damit legitimiert, dass es ohne ihn zur Ausbeutung und zur Arbeitslosigkeit kommt und er da korrigierend eingreifen muss. Die Wurzeln dieser Ansicht, die kann man auf Marx zurückführen. Marx ist natürlich jetzt ein sehr großes Thema, was ich jetzt hier nur ganz kurz streifen will. Zu Marx und seinem Irrlernen und dem Unmenschen Marx werde ich auf jeden Fall noch mal ein Video machen. Ich halte es sehr wichtig, sich mit dem Marxismus und dem Kulturmarxismus zu beschäftigen, weil diese Ideen, die sind heute sehr viel verbreiteter, als man denkt. Nach Marx ist die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen. Der moderne Kapitalismus sei geprägt von Ausbeutung und Unterdrückung des Proletariats durch die Bourgeoisie, die Eigentum an den Produktionsmittel halten. Wichtig ist auch hier zu sehen, dass Marx und Engels mit Kapitalismus schon damals diesen Zusammenschuss von Big Government und Big Business meinten. Also das, wenn Großunternehmen und Staaten miteinander klüngeln, beziehungsweise wenn Großunternehmen Einfluss auf den Staat nehmen. Bis heute wird dieser Begriff Kapitalismus sehr schlampig verwendet. Korrekt müsste es eigentlich Staatskapitalismus heißen, den Begriff verwenden auch teilweise einige Marxisten korrekterweise immer. Oder auch Kooperatismus, Lobbyismus oder auch Neosozialismus. Was Kapitalismus genau heißt, das habe ich hier in den ersten fünf Minuten dieses Videos mal genau erläutert. Also schaut einfach mal rein, wenn ihr das Video noch nicht kennt. Wollen wir uns jetzt den Vorwurf der Ausbeutung mal genauer anschauen. Natürlich wird keiner widersprechen, dass es zu der und vor der Zeit von Marx Sklaven und Leib eigener gab, die natürlich ausgebeutet worden sind. Die Zeit ist aber schon längst vorbei. Wie sieht es denn heute jetzt genau aus? Zuerst muss man natürlich sagen, dass es natürlich Tatsache ist, dass der Arbeitgeber möglichst wenig bezahlen möchte. Auf der anderen Seite möchte aber auch der Arbeitnehmer möglichst viel bezahlt bekommen. Dass jeder möglichst viel rausholen möchte, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass jeder für sich das Beste möchte. Insofern kann man eigentlich jeden von den beiden Parteien, also den Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den kann man beiden Egoismus und Profitsucht vorwerfen. Nehmen wir einfach mal das Beispiel eines Flohmarkts. Der Verkäufer nennt einen Preis und der Käufer gibt ein Angebot ab. Man wird sich da erst einig, wenn beide mit dem Preis zufrieden sind. Das heißt also, beide müssen ihren Egoismus zurückstellen um das gemeinsame Interesse. Und das gemeinsame Interesse ist hier, wir wollen das Geschäft abschließen. Wir wollen, der eine will es kaufen, der andere will es verkaufen. Beide müssen sich also, ja, beide müssen also ihren Egoismus zurückschrauben und zusammenarbeiten. Ein Geschäft kommt also erst zustande, wenn beide sich ein Vorteil aus dem Geschäft versprechen. Marktwirtschaft bedeutet also immer, wenn Menschen die Möglichkeit haben, frei Verträge abzuschließen, dass es für beide Seiten zu einer Win-Win-Situation kommt. Zurück zum Arbeitsmarkt. Jedes Unternehmen kann seine Produkte und Dienstleistungen nur zu einem bestimmten Preis verkaufen, den er von den Konsumenten vorgeschrieben bekommt. Das heißt, jedes Unternehmen unterliegt der Diktatur der Konsumenten. Was diese bereit sind zu bezahlen, bestimmt die Kalkulation des Unternehmens. Danach, nach dem, also was die Konsumenten bezahlen möchten, richtet sich auch der Lohn, den der Unternehmer seinen Arbeitern bezahlen kann. Angenommen, ein Arbeiter kann für sein Unternehmen 20 Euro pro Stunde erwirtschaften. Dann kann der Unternehmer nach Abzug aller Kosten vielleicht 15 Euro an den Arbeiter ausbezahlen. Wenn er aber nur 10 Euro zahlen will, dann gibt es ganz viele andere Unternehmen, die sagen, okay, ich sehe ja, ich kann mit dem Arbeiter immer noch Gewinn machen und ich will den einstellen. Das heißt, es wird Konkurrenz unter den Unternehmen um diese Arbeiter geben. Eventuell sind auch andere Unternehmen so gut aufgestellt, dass sie mehr als 20 Euro mit dem Arbeiter erwirtschaften können. Oder sie haben geringere Kosten und können so mehr als 15 Euro die Stunde zahlen. Es geht hier also um die Produktivität. Das heißt also, mit wie viel Ressourceneinsatz, wie viel Produkte oder Dienstleistung erzeugt werden können. Die Unternehmen sind also im Wettbewerb um den Arbeitnehmer, was den Lohn möglichst nah an den Wert bringt, was dieser Arbeitnehmer erwirtschaften kann. Zudem kommt noch der Punkt, dass jeder Unternehmer an zufriedenen Arbeitnehmern interessiert ist. Das ist natürlich, da ist natürlich auch eine angemessene Entlohnung auch sehr wichtig. In diesem Zusammenhang gibt es auch ein schönes Zitat von Robert Bosch. Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle. Robert Bosch hatte 62 Prozent höhere Löhne als seine Konkurrenz bezahlt und bereits 1906 den Acht-Stunden-Tag Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und betriebliche Mitbestimmung eingeführt. Alles weit, bevor es gesetzlich geregelt wurde. Oder auch Karl Albrecht, der Chef von Aldi Süd, der laut diesem FAZ-Artikel sich ständig Gedanken darum gemacht hat, wie er seine Mitarbeiter zufrieden stellt. Selbst am Sterbebett sollte ihn das noch beschäftigen. Und er gab sein Nachfahren auf, bezahlt unsere Leute gut, sie leisten viel. Als ein weiteres Argument gegen Ausbeutung kann man auch anbringen, dass der Arbeiter das Arbeitsverhältnis ja überhaupt nicht eingehen muss. Er kann ja zum Beispiel auch Geld sparen, sich Geldgeber suchen und ein eigenes Unternehmen gründen. Da sind ja immer die Sozialisten, die am lautesten schreien, dass die bösen Unternehmer die Arbeitnehmer ausbeuten. Die Sozialisten können sich ja mit ihren Genossen zusammentun und einfach das ganze Geld zusammenwerfen, an Unternehmen gründen, wo jeder einen gleichen Anteil hat, sich auch gleiches Gehalt auszahlen. Und sie können sogar dem Unternehmen, das sie dann angeblich zu schlecht bezahlt, dann können sie auch Konkurrenz machen, die gleichen Dienstleistungen, die gleichen Produkte herstellen. Ansonsten gibt es auch Geschäftsmöglichkeiten genug, wenn man sich zum Beispiel den Handwerksbereich anschaut oder das Internet im Handwerksbereich. Also in Hamburg ist es so, wenn man mal einen vernünftigen Klämpner bestellt, dann haben die meistens ein paar Wochen Vorlaufzeit. Und wenn, dann, so ist zumindest meine Erfahrung, machen sie keine gute Arbeit zum vernünftigen Preis oder auch mit dem Internet. Man braucht nur einen PC, man kann da Internetseiten basteln, man kann Grafikdesign machen. Also man hat auch mit relativ wenig Mitteleinsatz, hat man viele Möglichkeiten, ein eigenes Geschäft zu gründen. Ansonsten muss man auch einfach nur die richtige Geschäftsidee haben. Dafür gibt es ja heute sehr viele Menschen, die viel Kapital haben, wo sie nur darauf warten, das zu vernünftigen Zinsen und zu vernünftigen Renditen zu investieren. Also man sieht ja, wenn man das Geld heute zur Bank bringt, man bekommt vielleicht 0,75% oder 0,5% Zinsen. Wenn ich dann jemanden hätte, der sagt, okay, ich habe die tolle Geschäftsidee und der sagt, okay, das wird alles gut laufen, gebt mir einen Kredit zu 5% Zinsen, dann werden doch die meisten sagen, okay, ich werde lieber einem Freund, einem Bekannten, dem ich vertraue, dass er mir das Geld wieder bezahlt und da bekomme ich mehr als bei der Bank. Dann werden doch viele sagen, okay, ich mache das jetzt, als dass ich mein Geld auf dem Konto lasse. Ja, es gehört aber natürlich sehr viel Mut dazu, sich selbstständig zu machen und nicht nur Mut, es ist auch viel Arbeit, es erfordert viel Eigeninitiative und vor allem sehr viel Risikobereitschaft. Diese Risikobereitschaft, das ist natürlich, die meisten Menschen haben einfach sehr viel Angst vor dem Risiko der Selbstständigkeit und gehen aufgrund dieser Angst, bleiben sie lieber in einem Arbeitsverhältnis, wo sie jeden Monat ein ganz sicher ein festes Gehalt haben. Diese Angst und das Klammern an Sicherheit, das kommt natürlich nicht von irgendwo her. Ja, meiner Meinung nach ist das alles von der Gesellschaft antrainiert und der Staat, der instrumentalisiert das auch noch immer sehr schön. Da heißt es ja immer, der Staat, der garantiert uns, dass wir eine sichere Rente haben, dass wenn wir arbeitslos sind, der für uns da ist, wenn wir krank sind, der Staat für uns da ist. Jetzt auch wieder mit dem Klimawandel, der Staat geht alles, um diese Welt zu retten. Ja, und die Menschen fallen natürlich immer wieder drauf rein und glauben dem Staat, dass er Sicherheit gewähren kann. Muss man sich da nicht einfach auch mal fragen, gibt es denn eigentlich sowas wie absolute Sicherheit? Ist das Leben nicht voller Unsicherheit? Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, wo ich auch bestimmt noch mal ein Video zu machen werde. Wir sehen also, dass das Argument der Ausbeutung einfach nicht haltbar ist. Zumindest nicht dann, wenn sich die Politik nicht in den Arbeitsmarkt groß einmischt. Und diese Einmischung, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dazu habe ich hier mal eine kleine Skala gebastelt. Wenn wir uns hier die Einmischung des Staates anschauen, haben wir links, dass sich der Staat nicht oder kaum einmischt. Das ist dann der Kapitalismus. Wenn sich der Staat überall oder fast überall einmischt, ist es dann der Sozialismus auf der rechten Seite. Wie ich in diesem Video schon erklärt habe, haben wir ein Mischsystem zwischen diesen beiden Polen. Falls ihr das Video noch nicht kennt, schaut es euch unbedingt an. In den ersten fünf Minuten habe ich genau erklärt, wie die Definition von Kapitalismus und von Sozialismus ist und habe unser heutiges System da eingeteilt. Also, wenn ihr es nicht kennt, schaut rein. Ja, wie sieht es jetzt mit der Arbeitslosigkeit auf den beiden Polen aus? Wollen wir uns jetzt erst mal den Sozialismus anschauen. Im Sozialismus kann es keine Arbeitslosigkeit geben. Das haben wir auch in der Sowjetunion, in Nordkorea jetzt gerade oder in Kambodscha gesehen oder auch im Nationalsozialismus bei den Deutschen. Ja, ihr habt richtig gehört. Für mich war der Nationalsozialismus auch eine Form des Sozialismus und zwar, wie der Name schon sagt, des Nationalsozialismus. Da werden jetzt viele Linke genau hinhören. Die versuchen natürlich immer, diese Ideologie der Nazis möglichst weit weg von ihrer eigenen Ideologie zu schieben. Da heißt es immer, okay, das sind ja die Faschisten oder die Nazis und hört mal genau hin, wie oft sie tatsächlich dieses Wort Nationalsozialismus in den Mund nehmen. Also, wir halten fest, im Sozialismus wird die Arbeit planwirtschaftlich verteilt. Jeder hat das Recht auf Arbeit und wenn einfach nicht genug Arbeit da ist, erschafft man einfach welche. Ja, hier ein kurzer Beleg. Laut dem CDF-Faktencheck gab es in der DDR keine Arbeitslosen. Wollen wir uns jetzt mal den anderen Pol anschauen, die reine Marktwirtschaft oder auch Kapitalismus. Dem linken Pol waren wir uns in Deutschland oder in den USA vor dem Ersten Weltkrieg ziemlich nah. Oder auch die Zeit des Deutschen Wirtschaftswunders. Da wird der MA Ludwig Erhard, der Vater des Deutschen Wirtschaftswunders, genannt. Hier kann man auch mal schauen, was Ludwig Erhard in einem Brief an Friedrich Hayek geschrieben hat. Ich meine, dass der Markt an sich sozial ist. Nicht, dass er sozial gemacht werden muss. Je freier die Wirtschaft, um sozialer ist sie auch. Übrigens, Ludwig Erhard wird auch heute immer als Vater der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet. Diese Bezeichnung war ihm aber tatsächlich zutiefst zuwider, da er einfach diese Mischung aus wettbewerblichem Markt und sozialistischem Wohlfahrtsstaat strikt ablehnte. Wir sehen also, immer wo die Arbeitsmärkte noch relativ unreguliert waren, war Arbeitslosigkeit immer nur eine Übergangserscheinung. Ökonomisch gesehen kann man auch sagen, dass Angebot und Nachfrage sich immer ausgleichen. Und nur wenn es staatliche Eingriffe gibt, wird das Gleichgewicht des Marktes gestört und es kommt zur Arbeitslosigkeit. Hier mal ein Beleg zu der Zeit, wo es in Deutschland noch relativ unregulierte Arbeitsmärkte gab. Am Vorhand des Ersten Weltkriegs war Deutschland eine prosperierende Volkswirtschaft. Auf dem Arbeitsmarkt herrschte praktisch Vollbeschäftigung. Oder man kann sich auch mal ganz einfach logisch das heutige System anschauen. Die Arbeitslosenversicherung ist ja keine Versicherung im klassischen Sinn, wo man das eigene persönliche Risiko versichert, sondern ganz einfach nur ein riesengroßes Umverteilungssystem. Das sieht dann so aus, dass die Bundesagentur für Arbeit Geld der arbeitenden Bevölkerung abnimmt in Form von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen und Steuergeldern und das dann an die Arbeitslosen bzw. die Aufstöcker ausbezahlt. Das heißt, man nimmt den einen Menschen das Geld weg, um es den anderen zu geben, um auch gleichzeitig diesen riesengroßen Verwaltungsapparat zu finanzieren. Würde man den Menschen das Geld also einfach nicht wegnehmen, sondern ihn lassen, hätten sie mehr Geld zum Ausgeben und dieses mehr Geld, was sie ausgeben würden, das würde dann natürlich auch Arbeitsplätze schaffen. Und genau das sind die Arbeitsplätze, die dann fehlen. Die Menschen, die würden dann zum Beispiel ihre Möbel nicht mehr selbst ausbauen oder Reparaturen auch nicht mehr selbst machen, sondern Handwerker bestellen. Die würden auch ihre Hemden nicht mehr bügeln. Die würden sich wahrscheinlich auch hochwertige Lebensmittel kaufen oder mehr in ihre Bildung investieren. Wenn man das so sieht, dass der Staat den Menschen das Geld erstmal wegnimmt, davon seine riesengroße Bürokratie finanziert, den Rest dann weiterleitet und stattdessen einfach den Menschen das Geld lassen könnte, die es dann viel, viel besser ausgeben können, dann bekommt man schon einen ziemlich klaren Eindruck, warum der Staat es ist, der Arbeitslosigkeit verursacht. Wir stellen also fest, dass es weder auf dem Pol, wo der Staat sich so gut wie nicht in den Arbeitsmarkt einmischt, noch auf die andere Seite, wo er sich fast überall einmischt, es zur Arbeitslosigkeit kommen kann. Wir haben also weder im Kapitalismus noch im Sozialismus Arbeitslosigkeit. Ja, wollen wir uns mal anschauen, wie reguliert der Arbeitsmarkt heute ist. Wie schön der reguliert ist, das kann man schön erkennen, wenn man sich den jährlichen Economic Freedom of the World Report des Fraser Institute anschaut. Dieser dokumentiert anhand bestimmter Kriterien, wie es um die wirtschaftliche Freiheit von 159 Ländern bestellt ist. Der Bericht zeigt eine ziemlich klare Korrelation zwischen wirtschaftlicher Freiheit und dem Wohlstand für die breite Masse der Bevölkerung eines Landes. Deutschland ist bei der Arbeitsmarktregulierung auf Platz 103 von 159. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich auch, wenn man sich den Index of Economic Freedom der Heritage Foundation anschaut. Hier kann man alles schön auf einer interaktiven Karte erforschen. Wenn wir hier mal die Arbeitsmarktfreiheit auswählen, kann man sehen, dass Deutschland schon im orangenen, grenzwertigen Bereich liegt. Ja, schaut einfach mal beim Fraser Institute und bei der Heritage Foundation vorbei und klickt euch durch diese ganzen Grafiken und die ganzen Zahlen. Ich finde das super interessant. Den Link findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Wo wir gerade dabei sind, können wir uns auch mal die Europakarte mit der Gesamtwertung der wirtschaftlichen Freiheit anschauen. Hier sieht man ganz klar, dass in den Ländern, in denen es wirtschaftlich noch relativ gut läuft, wie Deutschland, Österreich, Niederlande, England oder den skandinavischen Ländern und vor allem Irland und der Schweiz alle eine einigermaßen gute wirtschaftliche Freiheit haben. Wohingegen die Problemkinder Europas wie Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und vor allem Griechenland schon viel schlechter abschneiden. Wir sehen hier also, dass wirtschaftliche Freiheit immer ziemlich genau mit dem Wohlstand eines Landes korreliert. Und das ist genau das, was Ludwig Erhard, der Vater des deutschen Wirtschaftswunders, meinte, als er sagte, je freiheit die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch. Kommen wir zurück zu unseren beiden Polen Kapitalismus und Sozialismus. Wir haben also auf beiden Seiten keine Arbeitslosigkeit. Wie wir aber gesehen haben, greift der Staat ordentlich in den Arbeitsmarkt ein. Wir befinden uns also, was die gesamte Einmischung angeht, irgendwo zwischen den beiden Polen. Ich würde sagen, dass wir so in 70 bis 80 Prozent Sozialismus leben. Hier einfach nochmal der Verweis auf mein Video, wo ich diese Einordnung nochmal genauer erläutert habe. Und genau weil wir uns in diesem Mischsystem zwischen Kapitalismus und Sozialismus, nämlich der sozialen Marktwirtschaft, befinden, genau deswegen gibt es Arbeitslosigkeit. Das wird bestimmt klarer, wenn wir uns diese beiden Polen nochmal genauer anschauen, und zwar unter den Aspekten Einstellungspflicht und Arbeitsbedingungen. Also wie sieht es mit der Einstellungspflicht im Sozialismus aus? Dadurch, dass die Unternehmen in Staatshand sind, beziehungsweise noch nicht alle, aber es wird natürlich alles zentral geplant und es gibt ein Recht auf Arbeit. Deswegen gibt es auch die Einstellungspflicht. Die Einstellungsbedingungen sind auch zentral planerisch festgeschrieben. Im Sozialismus gibt es also für Unternehmen, die nicht in Staatshand sind, die Pflicht zur Einstellung zu festgeschriebenen Bedingungen. Ja, wie sieht es jetzt auf der Seite des Kapitalismus aus? In einer freien Marktwirtschaft, wenn alles unreguliert ist, dann kann man natürlich die Unternehmen nicht dazu zwingen, Ingemann einzustellen. Es herrscht absolute Vertragsfreiheit, wo die Bedingungen frei zwischen den einzelnen Vertragsparteien ausgehandelt werden können. Ja, wie gerade erklärt, kommt es auf beiden Seiten nicht zur Arbeitslosigkeit. Wie sieht es aber in dem heutigen gemischten System aus? So, in diesem Mischsystem haben wir, wie im Kapitalismus, keine Einstellungspflicht, aber wie im Sozialismus haben wir zahlreiche feste Bedingungen, die ein Unternehmen zu befolgen hat. Welche Bedingungen sind das genau? Schauen wir also mal wieder in den Index of Economic Freedom der Heritage Foundation rein. Diesmal als Excel-Datei, die man sich auf der Seite runterladen kann. Hier habe ich die Daten nach der Arbeitsmarktregulierung aufsteigend sortiert. Bei der Bewertung bedeutet 1 vollständig reguliert und 10 komplett unreguliert. Um das in unseren beiden Polen einzuordnen, ist 1 der Sozialismus rechts und 10 der Kapitalismus links. Wir sehen jetzt hier, dass Deutschland mit einem Wert von 5,9 Punkten sogar hinter Ländern wie Nepal, Ghana und Libyen liegt. Ihr habt dann die Heritage Foundation, den Bereich Arbeitsmarktregulierung in sechs verschiedenen Kategorien unterteilt. Das erste ist Hiring Regulations and Minimum Wage. Das sind also die Einstellungsbedingungen um Mindestlöhne, wo auch unter anderem die Antidiskriminierungsregelungen dazugehören. 5,7, da liegen wir Deutschen eigentlich eher so im Mittelfeld. Dann haben wir Hiring and Firing Regulations. Das sind die Regelungen bezüglich der Einstellung und Kündigung, also Kündigungsfristen. Hier in Deutschland liegen wir auf Platz, hier liegt Deutschland auf Platz 142 von 159. Wer jetzt meint, okay, es sind ja 159 Länder untersucht worden, der hat natürlich recht. Da liegen einfach nur zu 10 Länder, legen keine Daten vor. Wir sehen auch hier, dass auf dem letzten Platz Venezuela liegt. Das ist gerade das Land, wo das sozialistische Großexperiment gerade am Scheitern ist. Und welche Länder finden wir hier auch auf den letzten Plätzen? Das sind die europäischen Sorgenkinder wie Portugal, Italien und Spanien. Dann haben wir Centralized Collective Bargaining. Wie groß ist der Einfluss der Gewerkschaften, die zentral die Löhne festlegen können? Deutschland liegt ja auf dem viertletzten Platz. Noch schlechter bewertet sind die Zimbabwe, Ruguay. Und das uns, ich würde sagen, politisch und kulturell ziemlich verwandte Österreich. Wir sehen, in Deutschland ist der Einfluss von den Gewerkschaften sehr, sehr hoch. Und gerade mit diesem Thema, wie nehmen die Gewerkschaften Einfluss? Wie führt dieser Einfluss zur Arbeitslosigkeit? Damit werde ich mich im nächsten Video nochmal genauer mit auseinandersetzen. Dann haben wir weiter, Hours Regulations. Das sind also die Arbeitszeitregelungen. Da lässt man den Unternehmen mit 8 Punkten noch relativ viel Freiheit. Dann haben wir Mandated Cost of Work Cost Dismissal. Wie sieht es mit den Kosten aus, wenn man sich von Arbeitnehmern trennt? Mit 6,25 steht Deutschland hier besser als im Gesamtergebnis da. Dann haben wir die Conscription. Das ist also die Wehrpflicht. Wenn junge Männer dazu gezwungen werden, Dienst an der Waffe zu leisten, stehen sie natürlich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Deswegen, weil in Deutschland die Wehrpflicht abgeschafft ist, haben wir hier volle 10 Punkte. Jetzt könnte man natürlich noch zu jedem einzelnen Punkt eine ganze Menge sagen. Das will ich jetzt aber einfach mal lassen, weil das einfach den Rahmen des Videos sprengen würde. Man kann aber auf jeden Fall festhalten, dass je umfangreicher die gesetzlichen Bedingungen sind, die natürlich alle zum Schutz der Arbeitnehmer bestehen, desto teurer und unaktativer werden Einstellungen für Unternehmen. So, gehen wir wieder zurück zu unserer Übersicht. Im Sozialismus hat ein Unternehmen, wenn es nicht komplett verstaatlich ist, keine Wahlmöglichkeit bezüglich der Einstellung oder den Bedingungen. Im Kapitalismus bzw. in der Marktwirtschaft gibt es keine Einstellungspflicht oder feste Bedingungen. Es herrscht Vertragsfreiheit. Nur bei dem Mischsystem aus diesen beiden Polen, Kapitalismus und Sozialismus, kann die Politik die Unternehmen nicht zur Einstellung zwingen. Oder korrekterweise muss man sagen, man kann die Unternehmen natürlich zwingen, was auch gewisserweise mit den Quoten, zum Beispiel die Frauenquote in den Unternehmen oder beziehungsweise in den Vorständen, auch schon gemacht wird. Wir haben aber auf der anderen Seite ganz zahlreiche Bedingungen, die die Unternehmen einschränken. Und gerade das, weil den Unternehmen dann Bedingungen auferlegt werden, sie aber nicht gezwungen werden, jemanden einzustellen, genau deswegen kommt es zur Arbeitslosigkeit. Das heißt also, wenn die Bedingungen für das Unternehmen, Arbeitnehmer einzustellen, entweder zu teuer oder zu unrettaktiv machen, kann es sich dazu entscheiden, Maschinen einzusetzen, das Unternehmen ins Ausland mit besseren Bedingungen zu verlagern. Oder der Unternehmer kann natürlich sein Unternehmen komplett schließen und auf das Risiko des Unternehmens verzichten und ganz einfach andere Geldanlagen vorziehen. An dieser Stelle kann man sich ja mal fragen, warum sich denn viele denken, dass ein Unternehmen soziale Verpflichtungen hat und somit fast öffentlichen Einrichtungen gleichgestellt wird. Dazu hat Hans-Helmer Hoppe mal gesagt, dass die einzige Pflicht eines Unternehmens ist, Profit zu machen und nichts anderes. Wenn dich das jetzt total irritiert hat, dann empfehle ich dir unbedingt das Video, Die Ethik des Profits und des Unternehmertums. Den Link habe ich hier unten auch wieder in die Beschreibung reingestellt. Wir halten also fest, nur in unserem Mischsystem, was ganz nach Orwellschem Neusprecht soziale Marktwirtschaft heißt, ist die Arbeitslosigkeit die Folge der angeblichen arbeitsfreundlichen Politik des Staates. Bei der Betrachtung der Politik kann man natürlich die Gewerkschaften nicht außen vor lassen. Deswegen will ich mir in meinem nächsten Video die Gewerkschaften auch nochmal genauer anschauen. Das war es von mir. Ich freue mich wieder, wenn du mir deine Meinung unter das Video runterschreibst. Wie hat es dir gefallen? Was denkst du über das Thema Arbeitslosigkeit? Was kann ich besser machen? Ansonsten freue ich mich auch wieder, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst und meine Videos fleißig teilst. Ich würde mich auch freuen, wenn du meine Arbeit finanziell unterstützen möchtest. Dazu findest du unten in der Beschreibung mehrere Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Das Einfachste ist wohl, wenn du eh mal bei Amazon einkaufst, kannst du vor dem nächsten Einkauf einfach meinen Amazon-Link benutzen und ich erhalte von Amazon eine kleine Provision. Das ist für dich einfach nicht mit Mehrkosten verbunden und unterstützt meine Arbeit auch. Für mich ist natürlich jeder Cent, jeder Euro motiviert mich, noch mehr Arbeit reinzustecken, noch mehr die Qualität nach oben zu schrauben, um einfach noch mehr freiheitliche Ideen zu verbreiten. Das war es von mir. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.